Er ist Neurobiologe, er beschäftigt sich also mit der Biologie der Nerven, meine Damen und Herren, und es geht hier jetzt um die Entdeckung der Langsamkeit. Wir begrüßen auch ihn mit einem 10-Punkt-Applaus auf dieser Bühne, meine Damen und Herren, Albrecht Forster für Sie! Das fühlt sich schon verdammt gut an, das ist der Hammer, man wird hier wirklich getragen. Hat jemand von euch noch ein Bier dabei, der schreibt mal Hu? Hu! Keiner! Oh, das darf man nämlich nicht, im Saal herrscht Flaschenverbot. Aber nicht auf der Bühne. Ich mache das nur aus Requisitengründen. Mein Vortrag startet nämlich genau mit diesem Plopp. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, ihr habt gerade das zweite Bier genommen, es ist so mittelspannend und irgendwann kommt folgende Frage. Und, was machst du so? Ich beschäftige mich mit Schlaf. Ah, spannend, meine Mutter kann auch nicht schlafen. Davor habe ich mich gefürchtet, ich nehme einen weiteren Schluck. In den nächsten fünf Minuten kommen folgende Stichwörter. Schnarchen. Albträume. Der ist für die Schwaben unter euch. Doch zu viel Kaffee. Die richtige Schlafposition. Und dann folgt, ja und was machst du da so genau? Naja, also ich beschäftige mich mit Schnecken. Mit richtigen, mit coolen Schnecken. Der andere denkt sich mal wieder eine total sinnfreie Arbeit, der soll sich doch lieber mit den Schlafproblemen meiner Mutter beschäftigen. Und irgendwann kommt da so die Frage, jetzt geht es um Leben oder Tod, mit Haus oder ohne? Ohne. Na dann kannst du die ja alle umbringen, besonders die aus meinem Garten. Denke ich mir, eben war es noch ein bemitleidenswertes Labortier, was hilft, die Schlafprobleme deiner Mutter in den Griff zu bekommen. Doch sobald es im Garten stört, einfach umbringen. Am besten mit Schneckenkorn. Sollen die Viecher doch verrecken. Für die Homöopathen unter euch gibt es jetzt auch folgendes Buch, Schneckenflüstern statt Schneckenkorn. Es ist im Verlag Neue Erde erschienen. Ihr flüstert die Schnecken von der einen Ecke zur anderen. Immer gut zu reden. Naja, aber sag mal, warum forschst du denn jetzt mit Schnecken? Schnecken, naja, Schnecken haben ein sehr kleines Gehirn, also nur 20.000 Nervenzellen. Schon die Fruchtfliege, die euch morgens stört, hat 100.000. Der Fisch eine Million, die Maus 100 Millionen und der Mensch sage und schreibe 100 Milliarden Nervenzellen. Und da dachte ich mir, lieber einfach. Und die Schnecke hat nicht nur wenige Nervenzellen, sondern sie hat auch die größten Nervenzellen auf der ganze Welt. Bis zu einem Millimeter groß. Und die sind so groß, dass man sie besonders gut untersuchen konnte. Und deswegen hat man die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis an der Schnecke erforscht. Und das gab den Nobelpreis im Jahr 2000 für Eric Kandel und die Forschung an der Meeresschnecke. Aplysia. Wohl wahr. Und weil ich den Nobelpreis auch ganz sexy finde, Tübinger ist ja ganz gut dafür, dachte ich mir mal schauen, ob das Tier schläft. Aber sag mal, ist das überhaupt auf den Menschen übertragbar? Killer Frage. Naja, die gleichen Gene und Proteine, die man damals bei Menschen gefunden hat, finden sich auch in der Schnecke, die man damals bei Schnecke gefunden hat, finden sich eben halt auch in der Furchtfliege, im Fisch, im Maus und im Menschen. Also wir sind eigentlich alle im Gehirn ziemlich gleich. Nur die anderen können Autobahnen bauen, die anderen nicht. Aber lernen können sie alle. Und das ist in etwa, wir Biologen machen das in etwa so, wenn ihr ein Auto verstehen wollt, dann nehmt ihr auch nicht den Motor voller Elektronik und Schnickschnack, mit Diesel oder ohne, sondern nehmt vielleicht so ein Modell aus den 30er Jahren, sieht dann so aus, das Prinzip ist gleich geblieben, Sprit kommt rein, Kolben gehen hoch und runter, hinten kommt Gestank raus und die Räder drehen sich. Und in der Evolution ist das ganz ähnlich. Wenn etwas bei allen Tieren vorkommt, ja wirklich bei allen Tieren, auch bei süßen Katzenbabys, dann muss das doch irgendwie eine wichtige Funktion haben und dann lohnt es sich in der Evolution eben mal einen Schritt zurück zu gehen und sich das Ganze beim Vorlaufmodell von uns anzuschauen, zum Beispiel bei der Schnecke. Aber wie findet man jetzt heraus, ob die schlafen? Ja, ganz einfach, also bewegen sich nicht. Der erste Forscher, den ich damals auf das Projekt angesprochen habe, meinte nur, you know, they don't do much, they probably sleep the whole fucking day. Sah auch ein bisschen ähnlich so aus. Ich bin dann in ein anderes Labor gegangen und ja, das stimmt schon, Schnecken sind sehr langsam, aber nicht im Zeitraffer. Das sind die Schnecken während des Tages, die flitzen von Ecke zu Ecke, suchen nach Futter, ist aber kein Star. Und jetzt ist das Licht ausgegangen, eine Infrarotkamera ist angegangen, sie ziehen sich in den Ecken zurück, zucken noch so ein bisschen, wie ihr das von eurem Partner kennt. Also meiner tut's. Und ab und zu wachen sie nochmal kurz auf, machen Pipi, gehen dann in die andere Ecke und irgendwann ist die Nacht dann vorbei. Aber schlafen die denn wirklich? Ja, Schnecken haben wie wir eine verzögerte Reaktionsfähigkeit im Schlaf. Zum Beispiel auf einen Nahrungsreiz hin oder eben halt auf einen leichten Salzreiz. Man muss die armen Schnecken halt auch aufwecken im Schlaf. Aber vielleicht, vielleicht sehen die einfach nichts im Dunkeln. Also Schnecken haben auch Augen, die sitzen meistens auf den Tentakeln drauf. Bei meinen Schnecken sitzen sie unten an den Tentakeln dran. Und dann habe ich ein Experiment gemacht, wenn jetzt Schnecken so die ganze Nacht durchfeiern würden, so wie hier in Stuttgart, naja, dann sollten die doch am nächsten Tag auch tagsüber schlafen. Ja, gemacht, getan. Also ich habe da mal so eine Nachtparty mit denen gemacht. Und siehe da, Schnecken können auch tagsüber schlafen. Aber was bringt es dir jetzt zu wissen, dass die schlafen? Ja, ich will dir wissen, warum die Tiere schlafen. Hat der Schlaf bei denen auch irgendwas mit dem Gedächtnis zu? Also habe ich die Schnecken erstmal trainiert und anschließend sie schlafen lassen oder sie nicht schlafen lassen, also hin und her geschubst. Und was bringt man denen so bei? Naja, also der Reifen hat nicht so ganz geklappt. Das ist gut an Schnecken, die essen hier so ein Seegras. Also auch ich erforsche an Makroalgen. Schmeckt auch ganz gut. Das ist auch bei euch auf den Sushis normalerweise drauf. Und ich war ganz fies. Ich habe diese Algen genommen, habe die in dieses Netz reingepackt, zweimal gefaltet. Und die Schnecken sind so faustgroß. Also das ist wirklich das Netz, was ich nutze. Und dann nehmen die das schon in den Mund und probieren eben halt an das Seegras ranzukommen. Und wenn die Schnecken das das erste Mal haben, dann probieren die das schon eine halbe Stunde. Und wenn die am nächsten Tag nochmal gefragt werden, wie sie denn das Seegras finden in dem Netz, dann sind sie ein bisschen schlauer geworden. Dann brauchen sie nur noch fünf Minuten. Also fünf bis zehn Minuten. Haben also gelernt, dass sie durch dieses Netz nicht durchkommen. Wenn ich die Schnecken jetzt anschließend aber wach gehalten habe, hier jetzt in Weiß, dann waren die am nächsten Tag nicht so schlau, sondern haben eben halt die doppelte Zeit gebraucht. Das heißt, Schnecken brauchen wie wir den Schlaf, um zu lernen. Also wo liegt denn jetzt der Fortschritt? Das Fortschritt liegt mal ganz wichtig. Naja, also ich kann auf Mäuse verzichten. Die Leute von PETA in Tübingen schreien mir nichts mehr aufs Dach, weil sie eben halt Schnecken sind und sie die aus dem Garten auch nicht mögen. Obwohl sie aber für die... Und die Großmutter kommt trotzdem noch zu ihrem Schlafmittel, was man dann eben halt an den Schnecken erforschen kann. Bei der Schnecke ist es dann wahrscheinlich so ganz ähnlich wie bei euch im Gehirn, dass die Schnecke muss ja in der Nacht dann die Verbindung ziehen zwischen dem Seegras und dass das Seegras, wenn es im Netz ist, nicht essbar ist. Also das ist eine relativ komplexe Verbindung und das muss eben in der Nacht konsolidiert werden. Das ist so ein bisschen wie der Powerfragmenter fürs Gehirn, da kann man auch währenddessen nicht daddeln, muss eben halt den Computer in so einen Schlafmodus schalten. Danach läuft der Computer hoffentlich schneller, energieeffizienter und hat weniger Problemlösungen. Für die Schnecke bedeutet das schlicht, sie kaut weniger lange auf schlechten Seegras rum, was sie nicht essen kann und hat mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens. Vielen Dank. Aus Tübingen.